Was hasse ich hier, ne? Versteckspielchen. Ja, Vogel. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Irgendwann wird der uns schon mal weglaufen. Ja, hier hinten könnte... Ah! Da ist doch bestimmt irgendetwas. Ist ja zumindest eine logische Erklärung. Okay. Diakon ist hier hinten. Okay, dann gehen wir weiter. Immer vorrücken. Okay, äh... Okay, zwei Mann gehen da rein. Ja, doch. Wir suchen doch schon sein Opfer. Mein Gott. Oder Sand. Noki. Nachruf. Bleibt so. Eine Iltis. Geht mal ein Stückchen weiter. Was denn? Bleib doch ruhig. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ah, Zug beenden. Ich will die natürlich jetzt finden, bevor die Verstärkung kommt. Und das ist jetzt tricky. Okay, wir gehen jetzt weiter. Wir wissen, wo die ist hier. Die muss ja irgendwo sein. Der Gegner kann ja nicht... Okay, hier ist auch keiner. Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Gegner? Was ist hier hinter? Auch keiner. Hier hinten wäre noch ein Dings. Aha. Alles klar. Da haben wir es doch. Okay, sehr gut. Ah, hat sich gut versteckt. Das muss man mal sagen. So, Diakon. Ausgewichen. 1A. Und jetzt knall ihn ab. Komm. Kopfschuss. Bäm. Okay. Sieben von sieben. 1A. Okay, evakuieren. Dahinten oder da? Dann machen wir da. Okay, Diakon. Das gefällt mir gerade nicht. Diakon. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Okay, mal gucken, dass die hier nicht von irgendwo angeschissen kommen. Okay, Vogel. Lauf. Vogel muss laufen. Tipp, 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 tipp. Ja, du gehst mal dahin. Feuerschutz auf jeden Fall in die Richtung. Kaliko. Bleibt hier mal. Hey, du sicherst den Bereich. Loki. In einer Runde kommt die Verstärkung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut, am besten, wir würden in den Feuer... ...in den Feuerbereich kommen. In den Feuerschutzbereich. Okay. Machen wir mal folgendes. Sichern wir mal ab. Oh, Nachruf. Hast nur einen Job. Da hinzukommen. Okay. Hiltes haben wir noch. Okay. Okay, da bist du zumindest da sicher. Alles klar. Auf geht's. Oh. Legen ja gleich gut los. Ich lege dich. Müssen wir echt aufpassen. Uns in alle Richtungen absichern. Diakon. Gehen wir hier in... ...in der Busch. Okay. Naja, ob das Spaß hier ist, ich weiß nicht. Die Situation ist schon ein bisschen ernst. Okay, äh... ...mit der Sperrung. Gehen wir mal nach... ...in die Richtung Feuerschutz. Nachruf. Zwei Runden bis zum Fluchtfahrzeug. Mein Gott. Ich will nichts sagen, aber wenn da einer was reinwirft... ...wann haben wir ein Problem. Na, und Ilthes fehlt noch. Hier ist dahinter. Und sicherst mal den Bereich, so gut es geht. Okay, Zug beenden. Wir müssen eh warten, bis... ...bis wir was bekommen. Okay. Diakon. Diakon. Kaliko. Sicherst in dem Bereich. Oh, Loki. Sicherst in dem Bereich. ...nachruf. Hat einen... ...sehr großen... ...sehr große Reichweite. Und Ilthes. Ja, Watte. Sicher ist dahin. Alles klar. Mehr können wir hier nicht tun. Na, also. 1a. Okay, nur noch Ilthes, der nicht im Bereich ist. Und Kaliko. Ist auch nicht im Bereich. Ansonsten sind alle drinnen und wir können abhauen. Und tschüss. Perfekte Mission, würde ich mal sagen. Gut gelungen. Okay, wir haben sieben Rüstungen, äh, Ausrüstungen ergattert. Vier von sechs Geheimnissen. Das ist freundlich. So, die Brunnenbasis wurde als verfallene Spar in Jugoslawien betrieben. Lämsters Informationen waren korrekt. Wir fanden dort ein Labor für Gehirnwäsche vor, das sich da schon mindestens seit den 60ern befunden haben muss. Wir haben die Basis zerstört und die Technologie ergattert. So, was habe ich noch nicht gesehen. Jetzt können wir den Feind, jetzt können wir es dem Feind heimzahlen. Sehr gut. Läuft doch. Das läuft doch. So, neue Geheimakte. Weltraumkrieg, Theorie der Verschwörung. Feind aufgedeckt, Quartz. TKB, 45er, die Cobra, Pistolen, Schalldämpfer und M12. Das ist ordentlich. Okay, drei Leute sind aufgeflogen. Dem müssen wir eine neue Identität geben. Da, Fahndungsdruck. Du bist jetzt Tschechoslowakisch. Loki ist auch aufgeflogen. Komm, du kriegst ein neues Gesicht. Und Kaliko. Oh, komm. Fah, was? Fahra Patel. Sehr gut. So, das läuft. Keine verletzten Agenten. Ähm, da sind wir dran. Äh, Iltis Vogel. Ähm, bauen wir mal eine Trappe. Und du brauchst uns mal Dietrich hier. Okay, Fernmelde-Dienst unterwegs. Geht's nicht weiter. Ja, schauen wir nochmal auf die Pinnwand. Person. Äh, Taxifahrer Elvis? Nee. Rita. Äh, Taxifahrer Elvis. Wasteland? Nee. Ähm, Wop, 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 Wop. Indigo-Kinder? Nein. Ähm, Wop, 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 Wop. Schwer, weiter. Okay. Schwupp. Ja, ja. Ah, schon gut. Ähm, großen Kreuzer, schlampige Fälschung, Liste, Skandal, neunzehn. Involviert. Großen... Okay, Katschenko. Graumann. Neunzehn. Äh, ne. Okay, da geht nix. Nächste Akte. Weltraumkrieg. Ähm, Genosse. Wir brauchen eine Person und wir brauchen eine Organisation. Decknampolios. Nevolver. Äh, der Mond ist, äh, bla, 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 bla. Atombomben? Nein. Frequenz, Star Wars-Waffe. Okay. Äh, äh, bla, bla. Okay, alles klar. So. Der Leutnant und Revolver. Okay, das haben wir. Weiter geht es. Hier ist doch auch schon wieder was. Da geht es weiter. Lass mal gucken. So, Training abgeschlossen. Sehr gut. Heuler hat wieder ein Training abgeschlossen. Kriegt aber gleich noch eins hinterher. Das hier kommt gleich hinterher. Dämpfer. Nein, das ist nicht putsch. Weiter. Agenten können mehr Fahndungsdruck ansammeln, bevor sie kompromittiert werden. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir endlich weitere Sachen. Jetzt geht es los. Versteckkamouflage, Labor, hochwertige Pässe. Okay, das ist das. Was ist hier los? In Paris ist das eine feindliche Aufklärung. Vogel und Ilte ist zwei Mann. Okay. Okay, komm. Volles Risiko. Was soll's? Knallharter Tergur. Was für ein Deutsch, ey. Wir werden gleich einen Agenten abfangen, der das Gebiet auskundschaft. Außerdem brauchen wir die Kamerabänder, um unsere Spuren zu verwischen. Okay. Eliminieren oder Gefangen nehmen. Beschaffen Sie die Kamerabänder und dann abhauen. Alles klar? Irgendwas spannend. Gefangen nehmen wir natürlich besser, dann könnten wir den verhören. Sollten wir auch eventuell probieren. Okay, drei Dinger. Da unten ist aber... Wir nehmen das hier. Ganz cool, ganz lässig. Okay, da ist... Eine. Und da hinten... Oh, ist das weit weg? Ist das weit weg? Das ist natürlich der Nachteil, dass wir keine Aufklärung haben. Aber wir müssen halt reagieren. Okay, da ist das... Ähm... Mal ganz kurz schauen. Wenn ich da hochgehe, geht es. Tatsächlich. Wir machen mal... Okay. 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 Ihr müsst euch gegenseitig Deckung geben. Es hilft nichts. Okay. Vogel. Hat nicht die beste Ausrüstung, ne? Also von den Knarren her ist es nicht so... Pickelnd. Okay. Zwei-Mann-Team. Wer weiß, was hier noch uns erwartet. Okay. Iltis. Ah, verdammt. Kommen wir so nicht rein, ne? Nur aufs Dach. Das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Mal ganz kurz gucken, wie es hier hoch geht. Ich kann nichts sehen. Da hinten ist was. Okay, das haben wir. Mal gucken, wie wir hochkommen. Mal gucken, muss es da eine Troppe geben oder sowas. Tappen wirklich im Dunkeln. Hier ist noch ein Gebäude. Das ist echt... Okay, warte mal kurz. Hier geht es auch nicht hoch. Ich suche gerade die Troppe nach oben. Das ist gerade echt ein bisschen... Bisschen arg bescheiden. Okay, Iltis. Da ist auf jeden Fall eine Kamera. Und jetzt sind wir entdeckt worden. Und das Schlecht hier ist zumindest... äh, die Troppe nach oben. Okay, Iltis geht hoch. Und wir holen uns jetzt das Zeugs. Volles Risiko. Da ist einer. Die musst du sofort umliegen. Ähm... Sehr gut gemacht. Iltis ist stark. Iltis ist stark. Okay, wir holen uns gleich nochmal... da die Dinger. Die habe ich auch gerade gesehen. Okay, hexagonaler Lauf. Ist okay. Ähm... Hier sind da noch irgendwelche Unterlagen. Hol dir das auch nochmal. Okay, Iltis. Weiter geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017